Grüß euch Lahl und herzlich willkommen zum DropBlog am Freitag. Wie geht's euch? Ich hoffe soweit alles gut, soweit alles senkrecht. Ich mache übrigens diese Aufnahme gerade zum zweiten Mal, weil mir beim Schneiden einfach aufgefallen ist, warum zum Henker schreist du so? Ich meine, mit diesem Lavalier-Mikrofon ist das gar nicht mal so leicht, die richtige Lautstärke zu finden. Vor allem hier, glaube ich, im Zimmer ist es auch akustisch. Man überschätzt sich selber ein bisschen, sagen wir es mal so. Aber ich versuche jetzt ein bisschen normaler zu sprechen, dass das nicht mehr ganz so beschissen klingt, weil ich da jetzt ein bisschen geschnitten habe. Mir aufgefallen ist, das klingt trotzdem nicht sehr gut und das will ich jetzt hier ein bisschen besser machen in dieser Aufnahme. Soll es es geben, ist mir schon öfter passiert, dass ich einfach eine Aufnahme ein zweites Mal starten muss. Was wollte ich eigentlich erzählen? Wer mit dabei war beim Stream gestern, der hat sicher schon mitbekommen, ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft. Ja, ist wirklich ein cooles Gerät. Sagen wir mal so. Fände ich cool. Ist halt für mich, ehrlich gesagt, als alter Grafik-Freak vielleicht nicht das High-End-Gerät, das mich da zufriedenstellt. Aber ich wollte schon immer mal ein Nintendo-Gerät haben. Habe noch nie eins besessen. Schande auf mein Haupt eigentlich. Aber okay, jetzt habe ich mir halt eine gegönnt. Ist ja schön und gut. Aber passt auf, ich habe da ein bisschen was gemacht. Nämlich, ich habe mir hier ein kleines Regal, also so ein Wandregal hin montiert, das Ganze auch hinzustellen. Ihr seid selber, ich habe irgendwie eine mega Sammlung an Controller. Fällt mir gerade jetzt hier auf, wo ich das alles schön beisammen habe. Hier der Pro Controller für die Switch. Habe ich mir dazu gekauft. Ich habe da einen schönen Setpreis bekommen. Finde ich halt top. Ja, muss sein. Der blinkt auch. Okay, jetzt sehe ich das erst. Ist mir gar nicht aufgefallen, wenn man da drückt. Der Pro Controller, finde ich, ist fast ein bisschen mass-have mit den Joy-Con-Dingern. Ist schön und gut. Wenn das hier direkt am Gerät angeschraubt ist, dann geht es. Aber ohne den Pro Controller, wer von euch nicht switchert, wird wissen, fast unmöglich. Ja, hier ist noch der doofe Halter eben für die Joy-Con-Dinger. Wo man die reinschneidet, dann hat man auch so eine Art Controller. Das sieht nicht nur übelst beschissen aus, wenn ich ehrlich bin, sondern auch vom Handling her kacke. Aber meiner Freundin ist das egal. Da können wir zu zweit Mario Kart zocken und dann ist gut. Eben, wie gesagt, eh schon gerade angeschnitten. Mario Kart besitze ich und Legend of Zelda Breath of the Wild hat mir ein Kumpel geliehen. Die anderen Controller kennen die eh. Sage ich jetzt nichts dazu. Ich finde das Regal eben ganz schick. Das ist echt Wahnsinn, was bei Ikea eigentlich solche Dinger kosten. Nämlich nichts, um ehrlich zu sein. So, zum weiteren muss man sagen, ich hätte das vor eben hier stehen. Ja, das ist die Switch so quer. Dann hier noch die Controller-Ladestation. Also das ist nicht nur ein Halter, Freunde. Das ist eine Ladestation, wenn man es genau nennt. Original Sony. Habe ich mir mal gecheckt. Kostet nicht 20 Euro das Ding. Also, gar nicht mal so billig. So, da hatte ich alles hier voll gemüllt. Das ist halt irgendwie, da war ich nicht zufrieden, weil hier habe ich immer links von der Asertur mein Headset abgelegt. Das hatte einfach fast nicht mehr Platz. Ich mag das nicht, wenn das so übereinander gestapelt ist. Dann kommt hier noch ein Ladekabel irgendwo rum von der Switch für den Pro Controller. Nee, dachte ich mir, muss was anderes her. Ich finde die Lösung ganz schick. Kann man machen. Sag ich mal, okay, gut, natürlich. Das Scanner-Auge, sag ich mal, hat sicher schon hier gesehen, ist natürlich, hm, Kabel hängen jetzt hier runter. Das kann man aber noch führen mit so Kabelclips. Dann sieht das auch ein bisschen ordentlich aus. Hinter dem PC will ich gar nicht hinfilmen. So, manche werden sich denken, hm, das sieht komisch aus. Ich muss zu meiner Verleidigung sagen, das habe ich selber mal drangezimmert, die Platte so im Schnell-Schnell-Verfahren, weil ich halt einfach, als ich diesen Rechen zusammenbaute und dann auf die Idee kam, mir einen zweiten Monitor zuzulegen, das geht auch schon eine Weile zurück, ich hatte anfangs ja nur den, dann 24 Zöller, ihr wisst Bescheid, hatte das einfach keinen Platz mehr, sagen wir mal so. Und dann habe ich das hier angefangen, hier dran zu basteln. Es ist eh, jeder Tischler würde mich wahrscheinlich hauen für die Aktion, aber okay, ich hatte nichts anderes, nichts Besseres. Und mir war es zu dem Zeitpunkt egal. So, jetzt dachte ich mir, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich suche mir einen neuen Schreibtisch. Denkste, ist ja nicht so leicht. War ja eben bei Ikea, ja, wegen diesem Ding. Habe ich mir im Vorhinein im Internet einen Schreibtisch angeguckt, der eben für mich passend wäre. Also, 2 Meter mal 60 Zentimeter in der Breite. Lieber wären wir, ich kann heute nicht ordentlich sprechen, lieber wären wir 65 Zentimeter beziehungsweise 70 Zentimeter in der Breite, weil aktuell habe ich eben 65 Zentimeter oder sogar 66. Ist ein komisches Maß, ich weiß. Man ist ja ein bisschen flexibel und macht Abstriche. Im Online-Shop geguckt, gefällt mir, aber halt nicht darauf geachtet, vielleicht zu kontrollieren, ob der lagern ist in meinem nächsten Ikea. Ich war da hin und der war eben nicht lagern, also alles, bis auf die Tischplatte. Da dachte ich mir so scheiße. Ich wollte eben unbedingt den dunklen haben. Es hätte noch den hellen gegeben. Der ist halt wirklich so ein weiß, so eine cremefarbene, so eine helle. Und nee, das ist halt wirklich, ich sehe es bei meiner grauen Platte hier. Man sieht echt alles, was da irgendwie an Staub und sonstigen Schmutz da draufkommt. Dachte ich so, nee, nehme ich nicht, weil ich es einfach nicht nehme. Da habe ich halt dann im Ikea ein bisschen doof geguckt und war ein bisschen auch sauer, um ehrlich zu sein, weil ich, klar, ich hätte im Vorhinein gucken können auf der Homepage, ist verständlich, aber ja, man fährt zu Ikea. Ikea ist riesig, jeder weiß, bei Ikea bekomme ich alles. Und mit der Erwartung wäre ich auch hingefahren. Naja, so kann man Pech haben. Jetzt habe ich halt den Schluss gefasst, mir selber einen eventuell zu machen, also dass ich mir trotzdem diese Unterbaukästen hole und die Tischplatte mir selber dann dementsprechend zuschneide und auf diese Kästen drauf montiere. Da kann ich so eine Dreischichtplatte nehmen. Wenn es da irgendwie einen Tipp gibt, wenn jemand Tischliss von euch, wie ich das am besten dann noch behandle, weil das ja roh ist, so eine Dreischichtplatte, um beispielsweise, wenn ich was verschütte, nicht irgendwie da Probleme zu bekommen, wäre ich dankbar über diesen Tipp. Ja, das war es eigentlich die Woche schon wieder. Zwei Dinge erledigt. Schön. Auf alle Fälle freue ich mich auf den DJ Stream morgen. Seid dabei. Es sind wieder einige neue Tracks mit am Start. Ich denke, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Habe ich auf alle Fälle Bock drauf. Freue ich mich eh schon wieder die ganze Woche. Heute gingen ja wieder ein paar Releases raus. Da muss ich eh jetzt noch die Sammlung erweitern, sagen wir mal so. Und sind wir gespannt. Nichtsdestotrotz, beim nächsten Gaming-Stream schaltet auch ein. Könnte wieder passieren, dass ich von der Switch, ich zeige eben jetzt hier nach oben, weil die da oben steht, von da aus gestreamt wird. Freue ich mich drauf. Ansonsten kommen wir zur Abmoderation. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Eher ein simples Thema gewesen. Wie gesagt, bin ich selbst schuld. Soll es nun mal so sein. Ja, ist nun mal eben so. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Abend. Je nachdem, wo ihr das guckt. Und sage, bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Hier noch irgendwo ein anderes Video von mir angucken. Und hier noch abonnieren für die neuen Glocke anmachen. Ich nehme mir immer vor, das anfangs zu sagen. Und vergesse es dann trotzdem wieder. Weil, ja, viele halt nicht zu lange gucken und dann bekommen es wieder einige nicht mit. Es ist wichtig. Manche haben es schon gemacht und glauben, es zahlt sich aus. Also, haut rein. Bis dann. Tschüss, ciao und bye, bye.